die Stierfließe Stier 9 heute schlagen immer weiter schlagen nicht auf uns zu schlagen schneller schneller weiter schlagen und schlug die Lüge nicht gehen aber auch starten als Fliefe Koppel nach dem die Begründung dort auch etwas das schweigen folgten Winkel klar wieder daumen die Kilo wusste ich schon vorher Ähm, hallo? Pfeil? Pfeil? Wrong Taste? Boomerang geht? Nein. Pfeiler hab ich. Okay. Geht nicht. Jetzt. Du schießt Boomerang. Na. Man kann auch unten am Gegner vorbeischießen. Game over. Damit endet unser Let's Play. Wir haben das Spiel beendet. Äh, nee. Ich hasse das ganze Spiel. Ich freu mich schon auf den nächsten Zelda. Nein, ich spiel nie wieder mehr in mein Leben Zelda. Nie wieder mehr. Doch. Nein. Quäme ich nicht. Sonic's Quealer sei genug. Oh, fick dich. Toll. Juhu. Du bist wieder down. Nein. Wuh. Du schießt immer früher. Ja, ich merk's. Dieses Spiel ist doch scheiße. Das ist kacke. Ui. The Game is gay. Ja. Gigi. Gay game. Das sind gerade WeHawk LP und Chainsaw Man gewesen. Bum, bum, Bob. Die beiden Drachen aus Bubble Bobble. Ja. Ist du jetzt so. Ich muss mich irgendwie healen. Aber wie. Sicher, dass du an diesem Video vorbei willst? Nein. Ich bin kein Arsch. Ich bin kein Arsch. Ich hab zwar ne fetten Arsch, aber ich bin keiner. Nicht ganz. ich bin kein Arsch. No. Zähle. Tyrum-Benutzen. Ich hasse es. Ich hasse an us-h-h-hasse, ich hasse es. Killer Fears. Die können mich mal. 4 das macht sich nur nicht ich weiß ich mag doch eh niemand deine Mama nein i don't have maus jetzt für ein maus ich liebe mich noch haben aber ein schönes maus zu kreuzer die kreuz das war so gut die verfluchte aus und so recht das ist hübsch hübsch du kannst mich mal das will scheisse ich gucke gerade ich hab einen kommentar hatte nimmst mal 5 bl Lage ist und es ist so schön aus die das ist das Gefühl als ob ich gleich wieder zu haben also das war das ruhig gesagt ob kommt fehlte Rom und so nutz Google nutz Google Google veröffentlicht 5 Nutz lief zu Killing er zu können Link würde das einschaffen ich muss ja den Steuern und darf fast der Vorliefer eine lebendige Person die Schülsteuer und die Dauer sterben älte leider würde ich nicht auch mal über die Probleme mit der Arbeitslosen aus es gibt es noch nicht im Fall den auch sicher ich muss noch erst auf den Schalter hauen doch das sind Schalter hauen und dann kann man weiter das bin ich tot ich würde hier so gern einen safe start die so welche haben mit diesem Zeitpunkt geht das gar nicht doch natürlich verarscht mich nicht ein der 1.4 kann nicht zu helfen ich muss man was zum Teufel war das so was macht ihr live ich bin Nutz Spiegel Niemals das hier aus wenn du alle Gegner killen muss dann darf ich mich auch aus dann darf ich mich gar nicht aus muss ich nicht muss ich nicht jetzt jetzt muss ich mir das schon antun Nö erstmal auch für besorgen hier drin ja und wie es gibt sogar keinen Weg mehr doch nur Juhl gerade kann ich ging so unten irgendwo weiter ne oder nö aber du musst wieder zurück wir hatten noch schon eine große Tür gesehen am Anfang ja aber da muss du wieder hin jetzt kommt diese große Tür öffnen ja aber es ist ja nicht so sofort der Boss nein weil da muss ja vor der Waffe kommen sonst kann sie am Bosse nicht nehmen ich hoffe es oh ja kommt Fick mich aber ich wenigstens wieder herz da steht so drauf ja natürlich darauf stehe ich deswegen weiß das auch so oft ich glaube man merkt leicht dass ich etwas übermüdet bin ja du bist total ruhig ja also ich weiß nicht ich habe schon alle Munition verschossen schade zu erinnern dann ist schon so ein paar Wärme das ist ein paar Wälder das geht auch nicht schiefst doch natürlich gibt es auch in der Welt ist er und die Buken der Lehmann befreit es gibt und ich bin das grüßen 5.000 Achso ja ich habe die 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 Diener ein Gegner steht da und für dich töten wird dann nicht die 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 Fede Bohrung die Stürzen von der Konferenz Stier das macht es jetzt überhaupt egal welches ist ihn von uns Schalz Mögel er aus dem Zweifel und sieben ich werde mit ihm an diese Schalldaten ich bin schon vorher schuld richtig Koffein Wohlen, Wohlen, Wohlen Oh Gott nein Hör auf Du warst schon heute den ganzen Tag Oh, oh Oh, oh Da kommt gerade ein Übelteil Schnecke vorbei, schnecke vorbei, schnecke vorbei Einfach weiter, einfach weiter Du, 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 du Hm Ach nein Ach nö Ah, okay das ist okay den Baum mag ich den Baum mag ich wenn er mit dir jetzt gegen Crew kaputt ist bringt ein Boss raus und bringt mich auf jeden Tag gar nicht Juh der Baum ist toll wusch 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 der Baum ist doch nicht toll wusch wusch